Herzlich Willkommen zu Musetalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. So, jetzt gehen wir eine Abkürzung, denn ihr solltet ja auch die düsteren Ecken des Studios sehen, die Kaffeeküche. Ein Studio ohne Arbeitsplatz für elektronische Reparaturen und so weiter ist kein Studio. Mal gucken, ob ich diesen Raum aufkriege, weil dieser Raum ist der Hammer. Dieser Raum ist nämlich, ich weiß nicht, ob ihr genug Licht habt und ob ich hier einen Lichthalter finde. Dieser Raum ist das wirkliche Herzstück des Studios. Hier sind die Netzteile vom Pult, hier sind die Computer vom Pult. Wir haben ein altes SSLG-Serie 4000. Das braucht natürlich so ein bisschen seinen Platz. Dieser Raum ist, wie ihr seht, komplett mit Kupfer ausgestattet, eben damit es keine Einstreuung gibt, damit das alles sicher ist. Es ist alles 70s, aber es läuft. Der muss übrigens Sommer wie Winter klimatisiert werden, weil entweder friert sonst irgendein Netzteil oder irgendein Laufwerk ein oder wenn es zu heiß ist, haben wir natürlich ein Hitzeproblem und die Dinger schalten sich ab. Nicht einfach, aber es geht. Es ist halt nicht wie beim Computer, den man einfach mal an und wieder ausschaltet. So, jetzt geht's. Jetzt kommen wir zum Kernstück. Und damit es gut beleuchtet ist, haben wir dann auch schon mal eine Lampe aufgestellt, die ist für den Studiobetrieb nicht notwendig, aber hilft, wenn man ins richtige Licht gerückt werden will. Ja. Was haben wir denn hier? Notstrom wegen nervendem Piepen ausgeschaltet. Wichtige Informationen. Das ist das SSLG-Serie, SL4000E. Auf diesem Pult wurde zum Beispiel Master & Serve und Depeche Mode gemischt. Und viele, viele andere Sachen sind über dieses Pult gelaufen. Es funktioniert wunderbar. Wir haben natürlich relativ hohe Investitionskosten, um das immer am Laufen zu halten. Aber wir sind sehr stolz, dass es funktioniert. Denn auch das macht dieses Studio aus. Ja. Wir haben sehr gute...